Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 15 News Update, etwas früher als gewohnt. Zum Montag sind die Patch Notes draußen, ich werde sie euch jetzt alle vortragen. Ich zeige euch am Ende des Videos noch den Battle Pass Trailer, der wurde ebenfalls zeitgleich veröffentlicht und der Battle Pass Trailer sieht wirklich geil aus. Und ich muss das sagen, inhaltlich finde ich den Battle Pass tatsächlich sehr sehr geil im Vergleich zu den letzten vielen Seasons. Lohnt sich auf jeden Fall, klar streitbar ist auf jeden Fall, dass die Charge Rifle den maximalen Battle Pass Skin bekommt oder beide. Das ist aber Geschmackssache, wir starten jetzt direkt in die Patch Notes und ich bin auf jeden Fall am Ende des Videos gespannt, was ihr zu den Patch Notes alles zu sagen habt. Klar, Catalyst muss ich jetzt nicht weiter vorlesen, passive Parikade, taktische Stachelstreifen, ultimative dunkler Schleier, so heißen die Fähigkeiten. Wenn ihr Bock habt, lest euch kurz die Fähigkeiten durch, ich habe kein Video zu den Fähigkeiten weiter gemacht, nachdem der Catalyst Trailer rausgekommen ist. Broken Moon ist auch klar, neue Map, ich möchte hier relativ schnell durch sein, damit das Video einfach nicht zu lange geht. Map Rotation ist auch klar, hatte ich letztes erst darüber berichtet. Der Mond, die neue Map ist natürlich klar, Olympus, Rand der Welt. Über die Ranked Rotation wird nichts geschrieben, wir können aber weiterhin davon ausgehen, natürlich im ersten Split Broken Moon und im zweiten wahrscheinlich Olympus oder Rand der Welt. Es sollte klar sein, Schenkung haben wir auch schon drüber gesprochen, wir können jetzt Geschenke verteilen. 5 Mal pro Tag können wir in den Store gehen und irgendein Objekt unserer Begierde einem Kollegen schenken. Ich habe letztens erst herausgehört, dass das wohl bei Events nicht machbar sein soll, sondern nur im Standard Store. Also wenn jetzt irgendwann ein Collection Event kommt, kannst du das wohl nicht durchpainen für deinen Kollegen zum Beispiel. Also so habe ich das rausgehört vor einigen Tagen, inwieweit das sich vielleicht ändert, keine Ahnung, Sticker wissen wir mittlerweile auch, dass die dazu kommen. Zum Release kriegen wir zwei kostenlose Sticker dazu und vom 1. bis zum 22.11. haben wir Zeit, 20 exklusive Sticker uns zu kaufen für viel, viel Geld. Wie auch immer, wo wir die Sticker überall drauf befestigen können, ist natürlich klar, sämtliche Heil-Items, muss ich nicht viel mehr dazu sagen. Hier ist das Menü mit den Stickern und wo du die drauf packen willst, ganz oben ist auch klar, Schießstand, das ist eine geile Änderung. Der Schießstand wurde ein wenig überarbeitet, ich hätte mir tatsächlich die Gebäude gewünscht, die vor kurzem geleakt wurden, die eigentlich in der Firing Range erscheinen sollten, um so ein bisschen Häuserkampf zu üben. Aber wir können jetzt, wenn wir noch nicht alle Legenden freigeschaltet haben, sämtliche Legenden trotzdem in der Firing Range testen, falls es jemanden gibt und ich werde im Stream oft gefragt von relativen Neulingen, welche Legende soll ich mir freischalten? Ich bin mir nicht sicher, ich kann sie nicht zocken. Ihr könnt in der Firing Range die Leute jetzt anzocken, um keinen Fehler zu begehen und vielleicht sinnlos Geld oder eben eure legendären Token auszugeben. Das finde ich auf jeden Fall eine Änderung, die ganz, ganz nice ist. Eine einzige Änderung im Ranked System gibt es nur, eine fucking Änderung. Das finde ich mega, mega traurig. Ich hätte eigentlich gedacht, dass es Ranked ein paar mehr Änderungen gibt. Die Voraussetzung, um eine Ranked Runde jetzt zu starten, ist Mindeststufe 20. Was ist denn das für eine Hürde? Das soll eigentlich eher für die Smurfer sein. Eigentlich sollte auch im Season 15 ein Anti-Smurf System kommen. Wieder nicht gekommen, keine Ahnung, was da los ist. Wie auch immer, die Mastiff kommt zurück aus dem Care Package und die RE45 mit Disruptor Rounds gehen rein. Also im Trailer haben wir die Disruptor Rounds gehört, im Gameplay Trailer allerdings auf der Alternator. Aber wie es aussieht, gibt es das dann nur für die RE45 mit der Unterbrechermunition. Das finde ich interessant. Schade ich jetzt mir gerne für die Alternator gewünscht. Das wäre wirklich Meta geworden mit Sicherheit. Goldene Waffen sind dann in Season 15 die 301, die Votion, die 3030, Eva-8 und die Proler. Und der Amboss-Empfänger kommt als Hop-Up für die 301 und die Flatline zurück. Wer es nicht kennt, das macht die Einzelschuss-Variante von beiden Waffen deutlich stärker. Dann Boden. Ja, den Amboss-Empfänger kann man auf dem Boden finden und herstellen. Double-Tap-Trigger. Die Seltenheitsstufe wird auf Legendär erhöht, ist also jetzt ein goldenes. Und dir ein verbesserter Rückstoß beim Double-Tap für die G7. Finde ich gut. Ich komme mit dem Double-Tap tatsächlich nicht mega klar. Turbolader für Havocon Devotion wurde, wenn du den Turbolader ausgerüstet hast, um einen Schadenspunkt reduziert. Ist okay. Hammerpunkt fliegt aus dem Beutepool. Ganz einfach wahrscheinlich, weil natürlich die Unterbrechermunition, also die Disruptor Rounds reinkommen, wenn du die Re45 hast und rennst dann vielleicht noch mit einer P2020 rum, die dann Hammerpunkt hat. Dann ist das eine ganz, ganz fiese Kombination. Und außerdem die RE45 logischerweise im Care-Package mit Disruptor Rounds. Also fliegt Hammerpunkt raus. Boosted Loader fliegt ebenfalls aus dem Beutepool. Mega, mega langweiliger Hop-Up finde ich und auch völlig unnötig. Kinect Feeder fliegt ebenfalls raus. Finde ich auch nicht mega spannend. Meine persönliche Meinung, Herstellungsrotation, also die Waffen, die wir im Crafter herstellen können. Die Spitfire, die Peacekeeper und die Havoc und die P2020 kommen wieder raus. Rampage, eine Änderung, bei der ich nicht verstehe, was das bedeutet. Wird bei erster Aufnahme aus Versorgungsabwurf geladen. Heißt, ist das im allerersten Care-Package drin? Könnte sein. Das heißt, das allererste Care-Package, was runterkommt, das sind ja immer zwei oder drei gleichzeitig. Ich bin mir nicht ganz sicher, da soll wohl eine Rampage drin sein. So verstehe ich das. Ob das jetzt wirklich so stimmt, weiß ich nicht. Also es liest sich ein bisschen bescheiden. Und es gibt keinen Hitzeabbau mehr über Zeit. Das heißt, wenn du die Rampage mit einer Thermitgranate lädst und schießt ewig nicht, gibt es keinen Hitzeabbau. Das ist krass. Also ich finde es heftig. Was haben wir noch? Die Rampage und die Sentinel können vor dem Ablauf der vorherigen Aufladung erneut eine neue Ladung reinhauen. Das heißt, die Thermitgranate ist noch nicht komplett runtergeballert oder die Schildzelle auf der Sentinel. Wir können nachladen, ohne zu warten, bis es runtergeballert ist. Mastiff wird natürlich wieder angepasst, jetzt wo sie aus dem Care-Package rauskommt. Kapazität von 4 auf 5 Schuss erhöht. Dann ist das Streumuster erbreitert worden. Schaden pro Kugel von 14 auf 11 reduziert. Ist natürlich klar, keine Care-Package-Waffe mehr. Projektilzuwachs wurde reduziert. Und Nachladen kann jetzt mit ADS abgebrochen werden. Das heißt, wenn ich nachlade und gehe ins Visier, wird das Nachladen abgebrochen. Okay. 45 wird natürlich logischerweise im Care-Package gebufft. Ist klar, Schaden von 12 auf 14 pro Kugel. Und Unterbrecher-Munition fügt Schilden 30% mehr Schaden zu. Ist klar, Disruptorons eben. Elster, verbesserter Rückstoß zu Beginn des Musters. Timing der Wegstrecken-Animation wurde verbessert. Was auch immer das bedeutet. Volt-MP kriegt tatsächlich einen kleinen Nerf. Projektilgeschwindigkeit wurde reduziert. Und die Projektil-Gravitation erhöht. Das heißt, der Kugelabfall. Bullet-Drop. Der Bullet-Drop wurde erhöht. Okay. Triple-Take bekommt tatsächlich einen kleinen Nerf und einen Buff. Also es könnte sein, dass die Triple-Take in Season 15 absolut Meta werden könnte. Die Feuerrate wird ein wenig erhöht. Moment. Ähm. Moment. Es ist ein Doppel-Buff. Vergesst, was ich gesagt habe. Ähm. Die Feuerrate wird von 1,2 auf 1,35 Schuss pro Sekunde erhöht. Und die Choke-Ladezeit wurde verringert. Von 1,1 auf 0,75 Sekunden. Also Triple-Take ist schon immer sehr, sehr stark gewesen. Aber in Season 15 noch ein Stück stärker. Finde ich krass. Die 99 bekommt einen minimalen Buff. Das Blaue und das Violette Magazin bekommen eine Kugel mehr ins Magazin. Einmal Blau 24 auf 25. Und Lila und Gold von 27 auf 28. Peacekeeper. Projektilzuwachs. Und das finde ich gar nicht mal so schlecht. Ich fand die Änderung eigentlich gut. Aber sie war auch mega belastend. Auf allen Karten ist die erste Schrumpfzeit des Rings wieder von 60 auf 90 angehoben worden. Das heißt wieder, vorher waren es glaube ich 120 Sekunden, wurde auf 60 reduziert. Jetzt ist es wieder 30 Sekunden angehoben worden. Und wir haben ein bisschen mehr Zeit, bevor der erste Ring so schnell schließt. Das war wirklich ultra belastend. Danach lese ich euch eigentlich nur noch vor, dass die Zip-Lines auf Distanz jetzt gepinkt werden können. Und der Rest ist eigentlich nicht weiter spannend. Achso, die Aufnahmezeit. Wenn du ein Respawn-Beacon aus einer Deathbox holst, wurde reduziert. Also ich lese es mal komplett vor. Zeit für die Aufnahme der Abzeichen zweier Team-Mitglieder aus ihrer Todeskiste durch den Abbruch der ersten Begegnungsanimation. Beim Einsammeln des zweiten Abzeichens wurde verkürzt. Was? Oh, man kann es auch kompliziert schreiben. Also wurde ein Stück weit verringert. Aber ich lese hier irgendwie raus, die erste scheint normal zu sein. Und wenn du dann den zweiten Banner noch holst, ist da die Animation kürzer. Whatever. Bugfixes gehe ich jetzt wie immer nicht drauf ein. Mache ich sonst jetzt auch nicht wirklich. Ich zeige euch jetzt noch den Battle Pass und würde natürlich in den Kommentaren gerne von euch wissen, was haltet ihr von den Patch Notes. Meine persönliche Meinung, es flasht mich mal wieder überhaupt nicht, wie in den letzten zwei Seasons sind die Patch Notes nicht mega interessant. Ich muss aber dazu sagen, wenn die Patch Notes nicht mega interessant sind, was das Balancing der Legenden oder der Waffen betrifft, dann scheint ja Respawn zufrieden mit dem Balancing zu sein. Ich gehe mal davon aus, es gibt aktuell keine Legende, die mega OP oder zu schwach. Naja doch, zu schwach gibt es immer irgendeine Legende wie Krypto oder keine Ahnung. Zu stark würde ich jetzt gerade nicht behaupten. Waffen, die OP sind, würde ich jetzt auch nicht sagen. Die Wingman finde ich persönlich ein bisschen zu belastend. Da könnte eigentlich mal was passieren. Ansonsten scheint das Balancing tatsächlich okay zu sein. Ranked Änderungen hätte ich mir tatsächlich ein bisschen mehr gewünscht, dass da was passiert. Ansonsten erwartet man eigentlich von der neuen Season ein bisschen mehr. Ja, das ist meine persönliche Meinung. Schreibt eure in die Kommentare, ob ihr damit zufrieden seid. Seid ja derselben Meinung, dass es vielleicht einfach so ist, dass wir mittlerweile in Season 15 so weit angekommen sind, dass die Waffen gut sind. Alles relativ gebalanced. Maps, Legenden und so weiter und so fort. Aber, dass keine einzige Legendenänderung dabei ist, das finde ich schon ein bisschen heftig. Also, ich glaube, da hätte ein bisschen mehr kommen müssen. Weil gerade auch Revenant eigentlich ein großes Thema schon vor zwei oder drei Seasons war, dass da mal wieder was passiert. Wie auch immer, ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß bei dem Battle Pass. Lohnt sich, der ist wirklich genial. Meine Meinung. Wie gesagt, auf eure Meinung bin ich gespannt. Das war es jetzt von mir. Ich wünsche euch einen schönen Rest. Start in die neue Woche. Und wir sehen uns morgen, wenn ihr Bock habt, beim Livestream in die neue Season. So ab 17 Uhr circa bin ich online. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Enhance your favorite Legend's enchanting looks with matching weapons, holosprays, and emotes. I love fieldwork. Yowdy! Make a statement as you enter the ring with new skydive emotes. Well then, let's see you work your magic. Squad up, dive in, and bewitch your enemies with the Eclipse Battle Pass. Who am I? The kind of witch you don't mess with. The end.